Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Park mit eurem Spooky VF. Das letzte Mal hatten ja, hatten wir diese gruselige Schwanbootfahrt, wo wir hier die üble Geschichte von Hänsel und Gretel erzählt bekommen haben. Wir sind immer noch auf der Suche nach unserem Sohn, Callum, der irgendwie nicht auf uns gehört hat. This way, Mami, aber wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Und nicht im Auto geblieben ist. Ja, hier waren wir. Im Tunnel der Geschichten. Und jetzt gehen wir einfach mal hier weiter. Ich habe mal die Verstärkung vom Mikrofon noch etwas runtergedreht, über OBS. Denn die war, ähm, meine Stimme war etwas zu laut, finde ich. In der ersten Folge. Und jetzt geht es da unten wieder ab. Äh, ja. Lass uns mal laufen. Wow. Also ein Unfall. Oh, das kann doch jetzt auch lesen, ey. Äh, ja. Ne, hier ist ein erstauner Teddybär am Steuer. Ist ja auch mal was Neues. Können wir hier auch öffnen? Ne. Er ist eingeklemmt. Dem Teddybär ist leider nicht mehr zu helfen. Oh, Mann. Was geht in diesem Park ab? Und ich bin gespannt, was uns hier alles noch erwarten wird. Oh, Mann. Oh, Mann. Riesenrad. Uh, ja. Jetzt kommen wir... ...zu den tollen Dingen. Gucken wir mal, ob wir da mal eine Runde mitfahren können. Was war das gerade? Das alte Ding hat mir das Blut in meinem Kopf gemacht. Das macht mich schuldig. Aha. Der Mann hat einfach... ...zert... ...die vier Kinder... ...oha, aha, aha. Oder eigentlich die Lampe holen. Ja, cool, wenn wir die Hände mit betrunken können. Also anscheinend können wir hier nicht mitfahren, oder? Auch da hinten ist irgendwo der Eingang. Eintritt zum Fahrgeschäft. Okto-drohnen. Yeah. Oh, Increase-Speed. wenn zuerst mal verlangsamen hier das immer stehen bleibt dass wir hier aufsteigen können soll mal gucken sollte jetzt ja jetzt ja auch drüber und da fahren wir doch mal mit mit dem oktotron ist ja mal verrückt oder kriegen wir schon ein bisschen speed drauf wie arme in die luft die freunde oh was was würde war das jetzt weg Was war das? Das sah aus wie ein Pappmaschee, ein riesengroßes und ziemlich gruseliges Und wo kam das her? Wo ist Callum? Oh, da stand jemand dran, oder? Da hat doch jemand meine Finger im Spiel gehabt Mal lassen das Ding mal wieder fahren Und... Ne, wir wollen nicht nochmal mitfahren, das reicht Äh, so, Ausgang Ah, hier Hier sind wir, wo sind wir hergekommen Da hat hinten nirgendwo, oder? Gehen wir einfach mal in die Richtung Ich hab hier keinen Plan mehr, wo wir sind Ah, hier sind wir, wo wir sind, wo wir sind, wo wir sind, wo wir sind, wo wir sind? Und als sie in Pazen fallen, wo wir sind, 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 wo wir sind. built on a single, traitorous thought. Ich werde sie immer aufrufen, wenn wir sie finden, kurz stehen lassen und wenn ihr möchtet, könnt ihr sie pausieren und euch durchlesen. Wie gesagt, das ist nur ein Indie-Game, es ist gerade erst erschienen, aber vielleicht wird da noch was verbessert, dass man das Ganze auch in Deutsch lesen kann und irgendwie auch vergrößern kann, oder so. Ah, cool. Auch das ist gut, oder? Gucken wir uns das Ding mal an. Was? Was ist hier los? Also die scheint auch ein Indie-Game zu haben, so ein bisschen. Gehen wir doch mal da hin, wo das Fahrgeschäft, was wir da machen können, ob wir da was machen können. Doch man kann wirklich viel nutzen, aber hier bei den Autoscooter würde das keinen so großen Sinn machen. Da war wohl diese Interaktion die einzige, denke ich mal. Oder es kommt noch irgendwas anderes Schockierendes. Aber die Atmos ist cool. Oh, da hinten ist Licht an von dem Autoscooter, da können wir mal hingehen. Vielleicht können wir den fahren. Und kriegen noch ein schockierendes Erlebnis. Oh, ein Unfall-Report. Schon wieder. Oh! Was ist los? Nein, nein, nein! Oh, nein! Wow! Krass! Also, allein im Park eben... Mann, oh Mann! Schon ein psychotisches Erlebnis. Ich kann das auch gar nicht, wups, lesen. Ich kann das auch gar nicht, wups, lesen. Hier kommen wir anscheinend nicht runter. Okay, das ist der Weg blockiert. Können wir hier so ein Ding nutzen? Ne, das geht auch nicht. Können wir eine Alternativ-Rude finden. Ich schätze mal dort hinten, wo der Scooter herein gekracht ist. Das war doch noch ein Weg, oder? Da. Gehen wir doch mal lang. Wir haben uns eigentlich quasi einen Weg geöffnet. Weg, den ich nicht gehen will. Oh, Flackerlicht. Es ist ein Thema des öffentlichen Rekordes, dass ich eine Verlust als Mutter bin. Mal, als Callum sehr klein war, habe ich ihn in der Auto schlafen, während ich einen Arzt fuhr. Ich erinnere mich gar nicht, was es war. Als ich zurückkam, war der Sheriff neben dem Auto, zu sehen, dass ich mein Junge durch die Schmerzen bin. Ich glaube, was ich sah in seinen Augen. Judgment. Er hat mir den Ticket, ohne zu sagen, ein Wort. Nur das Schrauch, Schrauch von seinem Pen auf dem Notepad. Als er es mir gab, unsere Augen erinnere mich. Ich weiß, was du gehst. Meine Frau, Helen, sie... Sie bekommen etwas Hilfe. Hilfe war ein Blut von Lichtern. Hilfe war 1,000 Volt, surging durch meine Beine. Hilfe ist Agony. Ich würde lieber sterben. Ich wollte schreien. Ich würde lieber, dass du deine Schmerzen und mich schraubst. Aber insofern sagte meine Mache, Ja, Sheriff. Was zur Hölle ist los mit dir? Oh nein. Äxte sind nie gut. Ach, das ist total verschwommen. Ich glaube... Oh. Das wird aber mit der Zeit auch immer irgendwie so ein bisschen klarer. Oder kommt mir das nur so vor, dass die vielleicht ein bisschen was mit ihren Schoßen hier hat. Dass sie so verschwommen seht. Ich glaube, wir machen noch die Fahrt hier auf dem... Riesenrad. Die geben wir uns heute noch. Da haben wir ein paar Fahrgestelle gemacht. Und dann beende ich. Weil die Erkältung lässt nicht unbedingt viel mehr zu. Kannst du erstmal schön verlangsamen, dass wir auch aufsteigen können. Weiß nicht, ob man das muss, aber... Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, sagt man doch so schön. So. Und dann... Ferris Wheel. Oh... Gott. Ich bin gespannt, was uns jetzt hier erwartet in dieser... diesem... äh... Moroden. Maroden. Äh... Oh man, jetzt werden mir der scheiß noch nicht erinnert. Leute kommen in deine Leben für eine Reise. Dad sagte das, bevor Mom ging weg. Nachdem hat er nur geblieben. Dinge waren anders für Don und ich. Als wir uns getroffen waren, war ich auf dem Zuhause in Susi's Diner. Er kam mit ein paar Arbeitern, aber... Er hat nicht versucht, zu flirten oder zu spüren, wie die anderen. Er hat nur einen Kaffee und satt da, mich zu sehen. Als mein Geist war, er hat mich geholfen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Er sprach, riecht und dann, in der Moment, gefeiert. Es fühlt sich wie Liebe. Es fühlt sich wie eine fairy-tale. Ich kann euch nicht sagen, ob Callum war das Nacht oder einer der, die folgen. Aber ich denke, es muss das Nacht sein sein. Das eine perfekte Nacht. Don und ich bin zusammengezogen, aber dann... Er ist ja... Er ist tot. Er ist tot. Er war ein Hund. Er war nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden. Er war nicht zufrieden. Ich hatte einen Blick, er war nicht zufrieden. Sie hat wohl ihren Mann verloren, oder? Ich habe das jetzt irgendwie so dreiläufig gelesen, während ich hier mal ein bisschen die Umgebung mal angeguckt habe. Aber es ist nichts Schauriges passiert. Ah, außer dass hier der komische Typ hier wieder am Fahrgeschäft rumlungert. Was macht der da immer? Und jetzt war er weg. Okay, mal gucken, wo wir noch langs können. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich finde die Atmosphäre ganz gut und ich bin gespannt, wie sich das Spiel noch entwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer SpookyVF. Bye, bye, bye.